ARD Text im Auftrag von Funk Deswegen? Wen? Ihre Probleme interessieren nicht einen feuchten Dreck! Sie sind ein echter Kotzbrocken! Sie sind reichlich verkrampft. Haben Sie einen Freund? Hat sie nicht. Manche Frauen lockern das auf. Wiedersehen. Nein! Halt! Ah! Sie haben eine Amnesie. Gedächtnisverlust? Amnesie eben. Chris muss in seine Kindheit zurückreisen, dahin wo er aufgewachsen ist. Und Sie werden ihn begleiten. Ich? Das ist ja ein richtiger Eurom. Das könnte man nicht werden. Das ist also meine Mutter. Und du? Bist du zufrieden mit deinem Sexleben? Ich überschreite manchmal Schamgrenzen. Du beherrst Gebärdensprache? Sieht ganz danach aus, oder? Was ist dein Geheimnis? Du fragst dich, ob du dich auf ihn einlassen sollst. Weil hier so auf der Farm als Patient, da ist er ein ziemlich netter Kerl. Und wenn er wieder in Boston ist und seinen alten Job macht, ist er dann wie früher. Yesen. Yesen. fossil documents auf den Weg in oder platzieren?